In dieser Videoreihe, die aus acht Teilvideos besteht, wird ein grober Überblick über die Geschichte der Kunstpädagoge gegeben. Das erste Video beschäftigt sich mit den Anfängen im 19. Jahrhundert, dem Zeichenunterricht. Den schulischen Kunstunterricht, wie wir ihn heute kennen, gibt es noch nicht sehr lange. Eine künstlerische Ausbildung war zuvor nur als Bestandteil der Erziehung von Adligen oder der Oberschicht durch Privatunterricht oder in akademischen und beruflichen Rahmen möglich, also wenn man Maler, Bildhauer oder ähnliches werden wollte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Schulpflicht eingeführt, damit unter anderem alle Mitglieder der Gesellschaft eine gewisse Mindestqualifikation besitzen. Für das einfache Volk wurden Volksschulen errichtet, die jedoch zu der Zeit einen reduzierten Fächerkanon und Klassen mit über 60 Schülerinnen und Schülern hatten. In dieser Massenausbildung hatte aber der Zeichenunterricht einen festen Platz. Dieser Zeichenunterricht war jedoch sehr produktionsorientiert. Was und vor allem wie gezeichnet wurde, hatte Bedeutung für die spätere Tätigkeit im industriellen Bereich. Mit Leitmotiven wie Disziplin, Fleiß und Ordnung, die beim kopierenden Nachzeichen verinnerlicht wurden, sollten die Schülerinnen und Schüler zu effektiven Arbeiterinnen und Arbeitern für den aufstrebenden Industriesektor ausgebildet werden. Es gab viele Konzepte für den Zeichenunterricht in den großen Klassen. Eines hiervon entwickelte Adolf Stuhlmann, der hier als Vertreter für den Zeichenunterricht ausgewählt wird. Sein Ziel war es, dass die Lernenden das technische Ausführen des Zeichnens nach Vorgaben erlernen. Beim sogenannten Netzzeichnen sollten sie Muster, geometrische Objekte oder Ornamente mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in vorgegebene Liniengitter ordentlich einzeichnen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen jedoch immer mehr Gegenstimmen auf. Die gesellschaftlichen Umwälzungen um die Jahrhundertwende gaben schließlich Anlass für kulturelle Veränderungen und Schulreformen. Durch die Kunsterzieherbewegung erfuhr so auch der Kunstunterricht eine Neubestimmung.